Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Wetter ist total eklig. Wir sind am Bahnhof Hulheide in Berlin. Und jetzt sollten wir langsam nach Hause gehen. Wir fahren jetzt über Biestorf. Zurück nach Woltersdorf. Und da nehme ich euch mit. Ist ein bisschen Stadtverkehr. Vielleicht nicht ganz so schön wie in den Überlandturen. Aber dafür regnet es. Und wie immer in Berlin, wenn es regnet, ist es gleichzeitig glatteis. Egal, ob Sommer oder Winter. Da fahren alle ein bisschen merkwürdig. Neuer gerade Zugrader vom Abbiegen war das IBTE, das Institut für Wirtschaftstechnisch Wessegeber. Erfindung. Auch ein stark bewachter Objekt. Das ist heute, glaube ich, ein Gewerbepark. Und da sind wir schon in Biestorf. Ich fahre hier mit euch. Wir fahren Schleichwege. So, die Stoßdämpfer sind in Ordnung. Die Stoßdämpfer sind in Ordnung. Der Reifendruck ist perfekt. Und klappern tut den Vertrimmer klappern. Also, dem Auto geht's gut. Jetzt sind wir schon wieder in Köpenick. Wir überqueren die Stadtgrenze jetzt mehrmals. Jetzt sind wir gerade über der Bule gefahren. Das ist meine Ecke. Hier bin ich früher mal groß geworden. Was heißt früher mal? Hier bin ich groß geworden in der Ecke. Also Heimspiel. Ich bin froh, dass ich so einen Intervallschalter habe, der auch funktioniert. Macht sich bei so einem Wetter echt gut. Wir sind natürlich schon wieder in Biestorf. Wenn wir sich bei so einer Anатовin bringt, dann müssen wir beginnen mit einfachen. Und dann wir kPassieren müssen mit Vaіти. Dann wird das Porsche sein. Bis zum Beispiel без Molence nutz. Untertitelung des ZDF, 2020 Und als ich damals Busfahrer war, bin ich hier hinten immer den 8er gefahren, auf der Strecke, die wir jetzt fahren, den 27er. War eine schöne Zeit, weil irgendwann kannte es alle Leute und alle kannten dich. Wenn man innergerannt ist, hast du dann immer gewartet, wenn dann nicht, aber ansonsten ist da Bescheid, Klingeli drückt die Tür hinzu, weggefahren. War aber eher selten. War aber eher selten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann fahren wir über Schön Eiche, denn nach Woltersdorf. Das ist so eine kleine Hügel wie jetzt, den dritten einfach besser zu bewältigen wie im vierten. Das ist so eine kleine Hügel. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt fahren wir über eine schöne Eiche. So, ein bisschen Ruhe. 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 Gut, 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 gut. 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 Gut, gut.